...Hitspeech aus dem Kamerun, trilingual, auf Französisch, Englisch und Arabisch. Danke, dass ihr hier seid. Oui, bonsoir a tout le monde. Nous sommes du Kamerun, nous venons du Kamerun et nous sommes aussi ici aujourd'hui pour en solidarité pour les activistes sudanais. Hello everyone, we come from Kamerun and we are here today in solidarity with the Sudanese activists. Hello and welcome to all of us here. We come from Kamerun and we come with all of us from Sudan. Oui, nous devons nous unir parce qu'en Kamerun, on a the même problem. En Afrique, on a the même problem, les diktateurs. On doit seunir pour faire partie tout le diktateur africain. We came today because we think it's so important that we unite and that we stand together against all dictators in our African countries because we in Africa, we have the same problems. So we are here for all of us to unite and to stand together. We have the same problems with all of the dictatoriales who are sitting in the kerasi. So we have to be one of them. And that's why we came together with your views. And we activists, we say it very loud. No to the dictators. No to the dictatorships. We need our human rights in our countries. So we have the politicians and the dictatorships. We are here for all of us. We have the same problems with all of us. We are here for all of us. And we are asking the Europeans to stop supporting these dictatorships. Denn wenn sie hier sind, ist es weil die Europäer immer weiter zu unterstützen. Aber wir werden alles Mögliche machen, um uns zu unieren und zu fassen. Wir müssen auch die Europäer nicht zu unterstützen, weil sie in ihren Platz sind, wegen der Unterstützung von den Europäern. Das ist warum wir alle müssen uns unieren, um sie zu fassen. Wir müssen uns auch sagen, dass wir die Europäer nicht die Diktatorien, die wir hier sind. Wir müssen uns mit uns zusammenstellen, um uns zu retten, um sie zu retten. Wir haben letztendlich in Suisse manifestiert, um den Diktator Polbien zu sein. Und wir sagen, dass alle diese Diktate, mit allen Ministerien, wir wollen nicht mehr sehen, dass die Diktate kommen und hier kommen. Denn bei uns, wir haben keine Krankenhäuser, wir haben nichts, die Leute können sterben für 100 Franken, oder weil sie nichts haben, für kaufen die Medikament. Wir wollen nicht mehr diese Diktatur. Wir wollen, dass es die Diktatur und die Diktatur stopt. Wir wollen, dass die Menschen die Medikament zu bekommen. Das ist wirklich was wir brauchen. Und das ist wirklich was wir brauchen, dass wir diese Diktate kommen. Viva les Revolutionaires Sudanais! Long live the Sudanese Revolution! Viva les Femme Revolutionaires Sudanese! Long live the Sudanese Revolutionary Women! Ich bin nicht sehr lange, denn wir sind heute gekommen, und wir wollen, dass wir in der nächsten Manifest, wir werden mehr Menschen, wir werden alles Mögliche machen, um noch mehr Menschen zu sein. Und wir werden viele andere compatriotten. Ich werde jetzt mit meinem kleinen Gespräch hier heute, denn wir sind wirklich in Solidarität, und was wir wollen sagen, denn wir sind heute nicht so viele, denn wir kombinieren alle unsere Efforts, um mehr in den nächsten Demonstrations zu sein. Viva tous die combattants! Ensemble, wir werden alle diese Diktate kommen! Long live all the fighters, denn zusammen, wir werden alle Diktate kommen! Dankeschön! Danke!